Einen wunderschönen. Herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Titanfall zusammen mit dem lieben Schickelbröng drüben. Und meiner Wenigkeit, wir spielen Materialschlacht, nachdem wir ja die letzte Mission oder die letzte Schlacht binnen zehn Sekunden erfolgreich erledigt hatten. Und ich im Ladebildschirm festhängen und das Spiel komplett zum Abschluss brachte, warum auch immer. Ja, das passiert manchmal. Sind wir jetzt dabei, das wäre jetzt meine dritte Spielrunde überhaupt in diesem Spiel. Wenn man die letzte mitzählt, ist dann eine dritte. Genau. Genau. Ich nehme diesmal einen Panzer. So. Ist es bei der... Bei den Schick sieht es ja aus, muss man ja mal sagen. Ja, ich sehe irgendwie nur Ladebildschirme. Echt? Ich bin schon im Spiel. Ich weiß ja noch nicht, gegen wen ich kämpfen muss, aber... Ich würde gerne auch mal irgendwie das Spiel sehen. Das wäre cool. Ah, jetzt aber. Ich bin drinnen. Es sieht sehr geil aus, das Spiel, oder? Das ist auf alle Fälle. Mir gefällt es sehr und ich freue mich, nachdem ich jetzt diesen ersten Teil spielen durfte, freue ich mich sehr auf Teil 2. So. Ja. Die Granate. Hallo Firefox, ich sehe dich. Hier, hier, hier. Hi. Und ich bin oben drauf. Bist du ich komm mit? Ich komm mit? Nö. Ist irgendwo, wo ist er denn? Ich glaube, ich spiele hier nur gegen Bobs, oder? Ne. So nicht. Ne. Bisschen eng hier für... Mist. Bisschen eng für was denn? Aha. Und dafür, für... Titans? Für Titan. Okay, 60 Sekunden, dann kriege ich meinen eigenen Titan. Au, ich bin tot. War Titanfall nicht ein Launch-Titel für die Konsolen? Ich glaube ja. Aber warum? Weil es auch von der Steuerung wahrscheinlich einfacher war. Ja. Einfacher? Ja. Wie meinst du das? Naja, hast du bloß drei Knöpfe zu bedienen, dann spielen. Das war ja auch einfacher. Ja, das stimmt schon. Mist, ich hätte direkt in Titan joinen können. Bin ja schon zehnmal gestorben, jetzt hier. Achtung. Und wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Rein in meinen Titan. Boah, der hat meinen Titan-Kart gemacht, die Sau. Dafür jage ich ihm jetzt eine Rakete in den Balch. Das war Instant-Rache. Wo bist du denn eigentlich? Da hinten. Ich komme mal zu dir. Ich schüpf mal auf deinen Titan. Ich bin jetzt auf dir drauf. Wir sind gleich im Arsch, sind wir gleich. Oh ja, das stimmt. Ich geh mal wieder weg hier. Das macht mir Angst. Oh, ich bin tot. Ja, aber ansonsten ist das Spiel tatsächlich vollständig an mir vorbeigegangen. Bis du mal gesagt hast, hey, guck dir mal EA Access an. Ja, ja, ja. Quasi dieses Monats-Abo für EA Games, für ausgewählte. Richtig, richtig. Es ist so, ja, nicht schlecht, muss man ja mal sagen. Für wie viel? Drei Euro im Monat oder so? Zwei, zwei, etwas, ja. 2,99, glaube ich. Oh, hier muss man sie aber echt... Man hat keine Geschütztürme, ja? Huch. Nö, gerade nicht. Du hast Granaten und den Raketenwerfer gegen die Titans. Ja. Was? Was muss ich denn hier machen, um gegen den zu bestehen? Gegen wen? Na, gegen den Dicken. Boah, der hat mich voll zertreten. Der ist einfach über mich drüber gelaufen. Gibt's doch nicht. So. Jetzt mal direkt als Robo, äh, starten. Wo sind sie denn? Ich seh keinen. Specter ausgeschaltet. Wow. Boah. Vielleicht hätte ich doch das Tutorial spielen sollen. Hast du nicht? Nee. Nein, 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 ich hab grad einen Titan doch gekillt. Hab ich den gekillt? Mit einer vierfach Rakete? Buh. Wieso hab ich schon kritischen Schaden hier? Ich hab doch gerade erst das Tink benutzt. Boah, meine Granaten sind episch. Boah, ich bin mitten im feindlichen Gebiet. Hilfe. Boah. Boah. Oh. Boah. Huch. Oh. Huch. Firefox. Ich brauch keinen Support. Ja. Wo bist du? Ich bin hier. Mist. misst ich wusste gar nicht dass man sich teilt wie heißt das hier unsichtbar machen kann doch mit kuh kann man das mit kuh das recht cool da ist der schicke boi komme ja sattel auf ich habe gerade einen typen gerufen sorry firefox wir machen den platt kommen was mache ich sehe nichts mehr ich auch nicht er explodiert ich glaube wir haben ihn ich glaube da kommt noch einer hier kommen jawohl was zur hölle ich bin explodiert ach so du warst das hatte warte warte auf mich warte ich steige mit auf ich muss aufsteigen wo bist du aber ich bin auf die drohe ich glaube wir haben ihn wir wurden besiegt verdammt wir müssen evakuieren schnell ich glaube wir müssen aussteigen dafür nein los erstmal ich gehe hier raus tschüss er springt sich steig aus ich bin beim bergungsschiff kann ich mich drucken irgendwie ich ducke mich jetzt hier einfach 8 7 6 5 4 5 4 3 1 1 ich bin drin ich bin drin richtig oh mein gott ich bin der einzige hier drin und gestorben explodiert das ist die strafe dafür cool aber immerhin ich habe 31 schlagpunkte bekommen für mich als noob ja das war lustig hat mir sehr gefallen ja da stand uns ein schöner spruch nice bunch of cowards ja ja ist doch egal so wir lernen ja noch dann warten wir einfach in 49 sekunden geht es weiter was gibt es nicht freischaltungen kommt pilot primärwaffe ich habe glaube ich eine neue waffe gekriegt ich habe neues titan loadout bekommen piloten loadout eigener pilot 1 primärwaffe wie kann ich die denn jetzt umschalten hier das machst du dann vom missionsbeginn wird hier kann ich die auswählen so ich möchte mal ist sie denn gut wieso du kannst du jetzt schon auswählen ja wenig schaden aber dafür ach so du bist hier einfach mal ich nehme die artillerie jetzt genau primärwaffe titanabwehrwaffe nehmen wir die zeitweiner mal die hat aber weniger schaden okay dann nehmen wir sie nicht so es geht gleich wieder los wähle ich auch eine andere taktikfähigkeit es geht gleich wieder los ja schatz ich komme gleich jetzt ich habe aber schon alle waffen ausgewählt ich wollte ich habe jetzt einfach mal eine andere genommen ich habe einfach das loadout genommen so ich bin habe jetzt eine eigene klasse so ich starte schon in die staaten alle schon also das spiel hat tatsächlich eine story also wir gehen jetzt zwar nicht gerade darauf ein aber das hat eine story ja ich werde gerade beläsert hier toll wir sind nur im simulator ja angeblich wer weiß denn schon was real ist und was nicht die matrix ich weiß wo sind die gegner wo sind die gegner ich sehe keinen fenster gesichert wo ist die waffe cool gefällt mir ich will ja nichts sagen aber ich habe jetzt schon so viele leute mit meinen granaten gekillt ich bin wo sind die wo sind die richtigen gegner habe ein was hat er denn gemacht kmp getötet das wird dir gefallen firefox hängt hier ist wie wir hast du das bei aliens kolonien marines genannt dieses weiße zeug bukake party ist ja auch wir sind hier im simulator sind wir hier irgendwie schon eigentlich mal einen titen rufen wo ist die darüber springen warum nicht so ich bin auch auf dem titel drauf da ist ein großer kumpel wo geht es denn jetzt ab hier wo geht zur front warum rennen die mir alle in die wumme weiß ich nicht das andere sind frontschweine her also hier so soll gummipuppen attrappen wo auch immer der lang läuft hier ich kann meinen auch rufen aber jetzt gibt es doch gar keine gegner doch also wir sind schon ein paar wie gehe ich nicht vielleicht sollte einfach der typ mit dem ich hier mit laufung nach radar laufen wo noch ohne ohne jetzt zeiten explodiert jawohl so ich bin warum ich muss auch steigen achtung mein titan kommt jawohl und treibend die idiotensteuerung aktiviert das ist denn die idiotensteuerung da haben wir an sie gerade gesagt hier die idiotensteuerung aktiviert okay wir sind noch besser als vorher gute arbeit verdammt das sind alles spektors hier check die einfach ich bin tot so viel zum hacken ja so jetzt aber ich habe dieses bot prinzip hier noch nicht verstanden ich auch nicht so wo ist denn der titan wo ist der hin da war doch gerade noch ein guter der hingeschossen hat er voll daneben geschossen da ist meiner zack reiner und geht es vorwärts es geht es geht los so dass ein kollege so frontsoldat aufgeschaltet so den habe ich platt gemacht firefox alter granatenkönig was denn ist das aufregend ja das aufregend ich habe schon ganz feuchte unterhose du recht ich auch ja du auch dann ist gut aber so richtig ja wenn das gegner oder freunde wie sieht es eigentlich so punkte technisch aus 216 169 haben wir glaube ich man kann hier aber richtig gut klettern ja das stimmt ich erhange mich hier gerade für meine zuschauer richtig genial hier kann ich die drücken was dann auch so aufnehmen von karabiner nö will ich nicht hier ist gerade ein bisschen was explodiert ich habe es gesehen ich bin in der nähe von dir habt ihr den arsch gerettet naja immerhin ist genug davon da so jetzt kommt mein titan bämm und reiner und haben wir hier ein komplettes verwinkeltes system ja kai offline wo sie erst irgendjemanden erfassen was scheiße wo man ich weiß nicht wie er mich getroffen hat also bei der du siehst ja wenn du stirbst sie ist ja das replay dann sieht ja ja ich weiß nicht wie er mich getroffen hat okay wir sind gleichzeitig gespawnt ineinander quasi und du bist auch auf meinem bot oder was hier ja ich bin auch drauf wusste ich gar nicht dass zwei hier drauf können warum sind wir gestorben ich bin noch nicht tot aber ich ich fliege gerade nach oben und bin tot ist ein cooler shooter gefällt mir sehr ja nur blöd dass der so lange an mir vorbeigegangen ist ist jetzt auch nur um ja statt vielleicht sex oder so sich anderweitig abzureagieren oder soll das denn heißen weiß ich nicht wir müssen wir müssen übrigens noch weitermachen wir dürfen den feind nicht entkommen lassen welchen feind nach dem wow das ist sniper der legi agro sniper on the roof ja sniper on the roof so was sind sie denn ich darf nicht mehr respawn oder was tot ist tot ja ich darf nicht mehr ich nicht mehr reinkommen ja ihr bergungsschiff ist da abflug in sieben sekunden eine sekunde ich glaube die entkommen uns ist aber kaputt gegangen ist er explodiert ganz heftig ja 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 da kommt das nächste feindliche bergungsschiff ist weg ja da kommt das nächste komisch hahaha marie die sagt okay ist bei uns auf der seite ich bin platz drei letzte runde aber irgendwie besser ja was haben wir freigeschaltet völkerball völkerball haben wir freigeschaltet du hast post burn cards verfügbar und elektrogranate größe ich freigeschaltet größter fortschritt wow ich habe 25 frontsoldaten ausgeschaltet davon am schlag wurde unter deiner tür durchgeschlossen kann absehender kein poststand deine leistung hatte fortsetzen okay was kann ich jetzt damit machen weil sie nicht karte burn cards wo ich kann dinge sammeln höhere bewegungsgeschwindigkeit für piloten ok ersetzt titan abwehrwaffe durch einen leistungsfähigen wegwerfer mit hoher kapazität können bei einem match genutzt werden ok ok cool also du kriegst karten die du dann für die matches einsetzen kannst die quasi noch mal so ein verstärker sind ja geil so ich nehme mal die elektrogranate die ist ganz cool es gibt die nächste version ja wir haben gar nicht unterbrochen dann mache ich ja einfach im pseudo schnitt für die nächste folge bis dahin